Hallo Freunde von Golf Roles. Heute kommen wir zu einer wohl bahnbrechenden neuen Regeländerung. Mit Einführung der 2019er Regeln erfolgte das Droppen aus Kniehöhe. Viele von euch sagten, das sähe komisch aus und sei so ja auch nicht richtig umzusetzen. Und im Übrigen, was heißt denn Kniehöhe, mindestens Kniehöhe, höchstens Kniehöhe, alles ein bisschen schwierig zu sagen. Bei jedem Menschen ist das Knie an einer anderen Höhe. Eine bekannte Größe im Golfsport ist die Schlägerlänge. Ab dem 01.04.2019 wird das Droppen in Zukunft aus Schlägerhöhe erfolgen. Jeder von euch weiß, wie Schlägerhöhe definiert ist. Es ist der längste Schläger im Back mit Ausnahme des Putters. In Zukunft wird es also keine Diskussion mehr darum geben, ob das mindestens oder höchstens Kniehöhe ist. Schlägerhöhe. Golf Roles.